Die leere Mitte ist der Titel eines Buches und dieses Buch und die ganze Idee dahinter richtet sich gegen die politische Theorie des sogenannten Positivismus. Der behauptet, die Gesellschaft sei nichts anderes als ein objektiv beschreibbares System aus Kausalbeziehungen. Causa, Ursache, also Ursache und Wirkung. Also alles sei irgendwie so beschreibbar und alles sei objektiv und das, was am Ende dabei herauskommt, das ist eben das geltende Recht und darin kann man nichts ändern. Das Problem ist natürlich bei so einer Deutung der Gesellschaft, naja, wenn ich dann im Nationalsozialismus lebe, dann bin ich halt das Ergebnis von Kausalbeziehungen und deswegen kann ich nichts dafür, wenn ich dann am Ende den Juden hinrichte. Na, also ganz vereinfacht gesagt ist das so der Gedanke. Und natürlich ist in diesem Zusammenhang auch wichtig zu erkennen, dass sich daran eine Ideologie und Wissenschaftskritik knüpft. Nämlich, dass die Sozialwissenschaften eigentlich gar nicht objektiv sein können. Wie das im Detail aussieht, müsste man genau klären anhand von Beispielen. Ich habe sehr viele Beispiele dazu auch gegeben, wo ich mich mit Statistiken beschäftige und zeige, wieso letzten Endes Statistiken immer nur sehr begrenzt sind in ihrer Aussagekraft und warum es da Schwächen gibt. Nur diese Videos guckt kein Mensch und deswegen will ich das jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Aber es soll an dieser Stelle gesagt sein, dass die Sozialwissenschaften, die als die großen Totalerklärer daherkommen, gerade heutzutage, nicht so objektiv sind, wie sie meinen. Und dass das Problem entsteht, dass wenn ich immer den Anspruch auf Objektivität erhebe und immer behaupte, wir seien immer nur das Ergebnis von Wechselbeziehungen, wenn ich dann indirekt das Tor öffne, um so etwas wie den Nationalsozialismus beziehungsweise die Schuld, die ich auf mich lade im Nationalsozialismus, zu relativieren. Und das knüpft natürlich auch genau an das an, was ich im letzten Video besprochen hatte. Das Thema Schuld. Das Problem ist, die Gesellschaft bedarf, so Claude Lefort, eines universalen Zentrums, einer Art Gravitationszentrum der Macht, das wenigstens gefühlt vorhanden sein muss. Früher war dieses Gravitationszentrum der König. Wir erinnern uns, Will Smith steht auf der Bühne und der König bricht in dem Moment, die Autorität des Königs, King Richard bricht in dem Moment, wo er jemandem eine Ohrfeige gibt. Und das gefühlte Gravitationszentrum der Macht ist auseinandergerissen. King Richard ist in dem Moment kein König mehr, wo plötzlich alle sehen, er ist genauso ein Arschloch wie wir. Denn daraus leitet sich Verantwortung und all das mögliche Zeugs ab. Es muss immer einen geben, der irgendetwas repräsentiert, damit alles zusammengehalten werden kann. Wir brauchen immer irgendeine Konsonanz, wie Festinger, Leon Festinger sagen würde. Wir brauchen immer das Gefühl, etwas ist wieder in Harmonie gebracht. Das ist ein ganz einfacher menschlicher Reflex. Und der König, King Richard, gewährleistet dies. Und jetzt ist aber das Problem, diese Mitte, diese Bühne, auf der der King Richard steht, ist immer unreal. Aber auch gleichzeitig notwendig. Es ist wie mit dem Achsensystem in der Mathematik. Wir brauchen diesen Nullpunkt. Und genau hier setzt Claude Lefort an und sagt, der Nullpunkt bleibt Nullpunkt. Da steht kein King Richard. Der arme Tropf, der dort in der Mitte stehen muss, der kann dem nie gerecht werden. Ob das nun irgendeine Klasse ist, die Klasse des Arbeiters oder die Klasse des Schwarzen oder irgendeine Personifikation in Form von Will Smith oder den König, den er spielt oder der Vater, spielt keine Rolle. Diese leere Mitte ist unerfüllbar. Aber sie bietet auch die Chance für eine universelle Repräsentation. Hier in dieser leeren Mitte ist der Ort der Wahrheit, von dem ich im letzten Video sprach. Der Kern der Ideologie sitzt hier, aber auch der Kern einer besseren Gesellschaft und realer Veränderung. Und es kommt nicht von ungefähr, dass ausgerechnet ein Schauspieler, also ein Hysteriker, genau dort auftritt. Auf den Brettern, die die Welt bewegen. Denn hier wird entschieden, was Gesellschaft ist. Und damit zeigt sich auch in dieser theoretischen Erörterung, dass Ideologie nicht einfach nur irgendein konkreter Apparat ist, der konkrete materielle Dinge braucht. Natürlich spielt das auch eine Rolle, aber dazu später mehr. Sondern Ideologie ist zunächst etwas, was auf einer metaphysischen Ebene, wenn man so will, auf einer unbewussten Ebene und in unbewussten Kategorien des Begehrens und des Verurteilens und des Wertens stattfindet. Wir lernen, so würde es Lavoj Žižek sagen, durch Hollywood, wie wir begehren. How to desire. Wokeness und so weiter. Wie wir küssen sollen, wen wir begehren sollen, wann wir was wie sagen sollen und verurteilen sollen. All das wird uns durch Hollywood vorgemacht. Und das ist eben genau, die Struktur in der Ideologie stattfindet. Die Ideologie strukturiert das Begehren. Ich erinnere an das Video über Lacan, über die Entwicklungsphasen und so weiter, über Piaget, wie das Begehren entsteht, dass das Begehren etwas ist, das sich auf alles richten kann, das virtuos und frei ist, das wie eine Lamelle ist, die sich auf alles richtet. Und dieses Begehren, dieses auch vielleicht bedrohliche Begehren, das so gefährlich ist, das wird in Spur gebracht, in Bahn gebracht, durch den Staat. Aber der Staat steht in gewisser Weise der Zivilgesellschaft gegenüber. Und es ist schwierig, dieses Verhältnis, diesen Bruch zwischen Staat und Zivilgesellschaft irgendwie klar zu machen. Und der König oder irgendwelche Figuren, die dann halt auftreten, die in dieser Mitte zwischen Staat und Zivilgesellschaft stehen, sind halt eben diese Vermittlerinstanzen. Und ideal wäre es, wenn ein solcher Vermittler verschwindet, nur reine Stimme ist, nur reine Sprache ist, nur ein Ergebnis von Kulturgeschichte und Entwicklung ist. Dieser Vermittler, dieser König, dieser King Richard, sollte eigentlich ein Nicht-Mensch sein, eine Nicht-Figur sein, eine quasi göttliche Figur. Das würde jetzt Claude Lefort nicht sagen, aber das sage ich. Ich verwende aber hier an dieser Stelle den Begriff quasi in seiner ganzen Offenheit und Diffusität. Das heißt, im Raum des Politischen, zwischen Staat und Zivilgesellschaft, findet, sich mit Niklas Blumann gesprochen, ein eigenes Sprach- und Symbolsystem. Die ganzen Zepter, die ganzen Zeremonien und all das. Das ist eigentlich, würde ich sagen, der Beginn des Politischen. Der Versuch, vom Staat zu übersetzen in die Zivilgesellschaft, von einer operationalen Logik, der Logik des Staates, in die Logik der Zivilgesellschaft. Und in diesem Zwischenraum eigentlich, in diesem Bruch selbst, da wird der König eingesetzt. Und wir haben überall diese Brüche. Und diese Zwischenräume, diese Übergangsräume, die mit bestimmten Riten verbunden sind, die müssen in einem Sprach- und Symbolsystem eingekleidet werden. Wenn ich einen Juristen habe und ich habe einen Kulturwissenschaftler und die unterhalten sich, sagen wir mal, über Diversität. Dann sagt der Jurist als erstes, naja, Diversität ist so nicht definiert. Das kann ich nicht genau sagen. Wir haben 1 AGG in Verbindung mit 2 AGG fortfolgende. Da haben wir Begrifflichkeiten von Diskriminierung gegen bestimmte eindeutige Merkmale, die im Zusammenhang stehen mit Religion, Weltanschauung etc. pp. Ansonsten gibt es zum Beispiel noch den Paragrafen 158, Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertenparagrafen, wo es konkret darum geht, für entsprechende Institutionen verbindlich und so weiter. Ja, so spricht der Jurist. Der spricht konkret. Der sagt, Diversität, das kann ich nicht abstrakt definieren, weil da kann ich keine Rechtsgrundlage drauf bilden und da kann ich keine Urteile mitmachen, da kann ich meinen Gutachtenstil nicht anwenden, da gerate ich von Hölzchen aufs Stöckchen und ich muss konkret im Text irgendetwas festlegen, woraus ich dann Rechte ableiten kann. Und ich kann nicht sagen, ich habe das Recht auf Diversität, wenn jeder was anderes darunter versteht. Und der Kulturwissenschaftler sagt dann, naja, aber es gibt doch viel mehr, eine größere Dimension der Persönlichkeit, die im Innern liegt und so weiter, die unausgeschöpft ist und die vom Gesetz gar nicht erfasst werden kann. Und wenn jetzt der Jurist und der Kulturwissenschaftler sich unterhalten, dann muss klar sein für den Kulturwissenschaftler an irgendeiner Stelle, dass ein Begriff wie Diversität niemals im Gesetz eingeleitet, gebraucht werden kann. Denn das Gesetz muss in abstrakten Terminologien funktionieren, die gleichzeitig irgendwie anwendbar sind für konkrete Fälle. Das Gesetz, so wie es geschrieben ist, das Gesetz, so wie es gemacht ist, kann das nicht. Das Gesetz ist in diesem Sinne positivistisch. Es setzt einfach etwas. Es kann nicht nach seiner eigenen Begründung fragen. Dann unterminiert es sich selbst. Es muss ein in sich geschlossener eigene Logik sein, die Logik des Staates. Und das Politische ist irgendwo dazwischen. Jetzt kann man sagen, ja, aber das Politische gehört doch zum Staatswesen und so dazu. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das reine Staatswesen, wenn es perfekt funktionieren würde, ein Ablauf von Ursache und Wirkung. Rein positivistisch. Ursache und Wirkung. Wir haben ein Gesetz, daraus ergibt sich eine Wirkung, daraus ergibt sich eine Folge. Automatisch verändert sich die Gesellschaft. Und genau das passiert nicht. Da gibt es doch die Zivilgesellschaften, die Akteure des Staates und die Personen im Staat, die unterschiedliche Interessen haben und so weiter. Und genau das meint auch Claude-Lewy Strauss. Das ist alles irrational. Das ist nicht rational. Das ist kein, und deswegen kann man auch nicht in diesem Sinne Schuld absprechen jemandem und sagen, ach, du hast ja keine Verantwortung gemacht. Du warst ja nur so rein behavioristisch im Grunde genommen ein Diener des Staates und hast das einfach ausgeführt. Nein. Weil der Staat nie das ist. Das ist immer nur ein Konstrukt und auch wenn ich darüber rede, in Reinform kann der Staat gar nicht existieren. Ja. Weil wir ja Menschen sind. Weil wir in diesem Bereich des Politischen sind. Weil wir sind eigentlich alle aus der Zivilgesellschaft, gehen ins Politische und versuchen dann im Staatswesen irgendwie aufzugehen. Aber wir können nie mit dem Staat aufgehen. Der Staat bleibt ein Konstrukt. Und aus dem konstruierten Staat und unserem zivilen Verhältnis dazu entsteht ein politischer Raum, wo alles Mögliche an Repräsentation und sonst was aufkommt und wo dann auch solche Begriffe wie Diversität eine Rolle spielen. Ne? So. Also. Nochmal. Im Raum des Politischen findet sich mit Dirk Lass-Luhmann gesprochen ein Sprach- und Symbolsystem mit eigener operationaler Logik, noch eine eigene und operationale Logik, das sich verselbstständigt hat mit Kronen und allem möglichem Zeug und zu unendlichen Irritationen und Brechungen führt. Es kann gar nicht immer jeder und alles repräsentiert werden. Es muss immer einen Ausschluss geben. Und das ist ein allgemeines Problem. Im inneren Kern des Gesellschaftlichen kann es niemals etwas geben, das das Ganze repräsentiert. Niemals kann im politischen Raum irgendwie die gesamte Zivilgesellschaft und jeder Einzelne mit all seinen Werkmalen in irgendeiner Art und Weise abgebildet sein. Das ist wie in der Mengenlehre. Eine Teilmenge einer großen Menge kann niemals die Gesamtmenge aller Teilmengen repräsentieren. Also das geht nicht. Eine Teilmenge bleibt eine Teilmenge. Und jeder, der irgendwas repräsentieren soll, ist immer nur in dieser Brechung. Und deswegen sollte die Mitte leer sein und nicht mit irgendeiner Figur gefüllt sein. Im Grunde genommen sollte die Bühne bei der Oscar-Verleihung nicht zugänglich sein für irgendwelche Personen. Keiner sollte da stehen. Auch kein Priester oder sonst was. Und von hier aus ließe sich dann halt eben auch eine sehr intelligente Religionskritik formulieren. Also eine Kritik an dieser Glaube und Repräsentation im Sinne von einer Institutionskritik. Und das wäre dann auch ein bisschen intelligenter als jetzt dieses ganze dümmliche Geschwafel von Sam Harris oder so. Hier zu empfehlen wäre zum Beispiel Jean-Pierre Dupois. Die Einleitung aus The Mark of the Sacred. Da kann man mal eine intelligente Religionskritik lesen, wenn man sie denn lesen will. Oder einen intelligenten Ansatz lesen. Sagen wir es mal so. Okay. Aber zurück zum Thema. Also wir haben es hier mit vielfachen und doppelten Spaltungen zu tun. Die Spaltung zwischen der Zivilgesellschaft und dem Staat und natürlich auch die Spaltung der Zivilgesellschaft in sich selbst. Und in diesem Zusammenhang spielt auch der Begriff Entfremdung eine Rolle. Im Englischen Alienation. Also ich mag den englischen Begriff, weil dieses Alienhafte. Wir sind plötzlich ein Alien zu uns selbst. Wir entfremden uns. Wir sind nicht mehr mit uns selbst eins. Wir fühlen uns nicht mehr als ganz identitär. Und das ist eigentlich der Schritt, würde Freud sagen, in Richtung Reifer. Wenn ich plötzlich merke eben, ich bin kein Kind mehr. Ich bin nicht mehr in Symbiose. Ich bin nicht mehr mit allem eins. Sondern ich bin gebrochen. Und diese Brechungen sind eben keine Schande. Sind nichts Schlechtes. Sie sind Teil der modernen Zivilgesellschaft. Und sie sind das, was auch letzten Endes uns zum Denken und zum Größerwerden bringt. Das wäre das, was ich hinzufügen würde. Und dieser Begriff Entfremdung spielt bei Karl Marx eine Rolle. Karl Marx wertet diesen Begriff ein bisschen anders, als ich das tue. Für ihn ist Entfremdung was Schlechtes. Ich würde sagen, Entfremdung ist was Gutes. Weil es eigentlich zum Denken bringt. Und in gewisser Weise indirekt würde Marx das auch sagen. Weil er ja sagt, dass die Entfremdung letzten Endes zur Arbeiterrevolution führt. Aber das würde jetzt zu weit führen. Es geht hier nicht um Karl Marx. Mir geht es nur darum zu sagen, dieser Begriff Entfremdung, der findet sich dann auch bei Hegel. Also beziehungsweise Marx hat ihn bei Hegel eigentlich abgekupfert. Und er beschreibt das in diesem Verhältnis von König und Sklave. Der Sklave entfremdet sich von der Identifikation mit dem Königtum und mit allem. Und es geht einem Bruch in den Repräsentanzen und so weiter. Und die Entfremdung im Arbeitsprozess findet natürlich statt, wenn ich nicht mehr mich identifizieren kann mit dem Produkt, was ich herstelle, sondern dafür bezahlt werde und im Arbeitsverhältnis bin. Und dadurch verändern sich auch eigentlich gesellschaftliche Sollbruchstellen, sage ich jetzt mal. Also das, was unsere Gesellschaft wirklich verändert, ist nicht verändert worden, weil irgendwelche Hollywood-Clowns sich hingestellt haben und gesagt haben, ich zeige euch jetzt mal, wie man sein Verhältnis zur Arbeit neu gestaltet. Sondern es hat sich verändert durch extreme Prozesse, die niemand steuern und kontrollieren konnte. Wo ich halt eben als gläubiger Christ sagen würde, es hat sich verändert, weil Gott am Ende entscheidet, was wie wo wirkt. Und nicht irgendwelche Eliten in Hollywood. Und was immer die veranstalten, es wird ihnen nichts nützen. Diese Dinge, die hier ich beschreibe, Entzauberung, Entfremdung, Veränderung, Alienation, Umgestaltung, Neudenken und so weiter, das ist etwas, das sich zu allen Zeiten der Elite entzogen hat. Und zu glauben, dass da irgendwelche Freimaurer dahinter sind, die das steuern, das kann nur jemand tun, der sich in einem Zustand sehr großer Angst befindet. Und diese Angst versucht irgendwie unter Kontrolle zu halten, indem er da solche Erklärungen für findet. Aber ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, spielt keine Rolle. Wichtig ist zu sehen, wir haben keine Steuerungsfähigkeit. Wir können nicht darüber am Reißbrett entscheiden, wie sich die Gesellschaft entwickelt, weil diese ganzen Dinge, wie der Arbeiter sich am Fließband fühlt und so weiter, da kannst du rumdoktern, wie du willst. Also es gibt auch in der Personalwissenschaft dann interessante Studien von Psychologen und so weiter. Zum Beispiel The People Make the Place ist ein ganz berühmter Aufsatz von Benjamin Schneider, wo er beschreibt, wir können überhaupt gar keinen Einfluss nehmen auf den Einzelnen. Wir können das alles gar nicht machen. Und das ist das, worum es mir geht, diese leere Mitte ist auch in uns selbst. Wir selbst wissen nicht genau, warum wir was tun und wie wir irgendwie uns bewegen in der Welt. Es hat auch was mit Mikro- und Makrokosmos zu tun. So wie die große Gesellschaft im Grunde kernlos ist und eine leere Mitte hat, so sind es wir selber auch. Doch wir sind uns selbst entfremdet und dieser Entfremdungsprozess, wie ich jetzt festzustellen, dass wir uns selbst entfremdet sind, ist etwas, das ein Potenzial für eine neue und echte Art von Freiheit öffnet. Nicht diese Pseudo-Freiheit, ich wähle aus, mit welchem Folterinstrument ich jetzt irgendwie da malträtiert werden will. Weil was ist das für eine Auswahl bei Netflix? Jeder Film ist dasselbe. Wo ist da die große Freiheit? Die Freiheit ist, das zu benennen und zu sagen, Moment, ich gehe dazu in Distanz zu dem, was auf Netflix passiert und versuche zu beschreiben, was ich eigentlich will. Da entsteht Freiheit. In der Selbstentfremdung. Und da ist auch ein interessanter Freiheitskampf dann möglich. So ein plumper Freiheitskampf im Sinne von, ich möchte draußen ohne Maske rumlaufen. Ich meine, das kannst du natürlich machen, ich will das niemandem verbieten und so. Aber das ist nicht das, worum es mir geht. Diese Art von Freiheit ist relativ trivial aus meiner Sicht. Das ist eine materielle Freiheit. Die Freiheit, die ich meine, beginnt in der Entfremdung und im Inneren. Deswegen ist diese Spaltung und die Spaltung der Gesellschaft und all das, also nicht diese Spaltung in diesem strengen analytischen Sinne, wie ich ihn bedefiniert habe, kein Defizit. Die Spaltung ist kein Defizit. Für Jacques Lacor beispielsweise, den ich auch immer wieder zitiere, ist die Spaltung in ihren vielen Schattierungen der Beginn der besonderen Stellung des Menschen in der Natur. Das macht uns zu Menschen, dass wir das können. Weil das Tier ist nicht gespalten, fühlt sich ständig mit sich selbst eins und hat überhaupt gar kein Denken dieser Art. Und deswegen ergibt sich daraus auch keine Sprache. Deswegen würde Lacor sagen, hat das Tier auch kein Unbewusstes, weil für Lacor das unbewusste Sprache ist. Und weil meine Sprache, die ich jetzt spreche, und dieser Bereich des Politischen, der Bereich der leeren Mitte und das ständige Verfehlen des eigentlichen Ziels gerade überhaupt erst hervorbringt, dass ich irgendeine Abstraktion herausbilden kann von dem, was ich will. Das heißt, ich kann hier aus einer christlichen Perspektive sagen, auf diese Art und Weise wirkt der gottliche Geist, indem er mich ständig irritiert. Oder wie Jesus Christus sagen würde, ich bin nicht gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um euch immer wieder zu konfrontieren, um euch immer wieder zu irritieren. Jesus hat nichts anderes getan in seiner Zeit. Und auf eine paradoxe Art und Weise, auch für den Atheisten spannend vielleicht, ist es hier so, dass wir eine Linie sehen können, tatsächlich von christlichen Gedanken hin zu ganz modernen Fragen und Philosophien. Und ich befeuchte sogar, man kann das nur vor diesem christlichen Hintergrund denken und muss es vor diesem christlichen Hintergrund denken, weil sonst trifft man eben nicht, auch historisch nicht, wie das Ganze entstanden ist. Also für den Historiker, für den Philosophen, für den Atheisten, für den Gläubigen ist dieser Diskurs ein hochinteressanter. Jedenfalls in jeder Hierarchie muss der Ort der Macht im kollektiven Empfinden der Menge zum Gegenpol werden. So würde es Claude Lefort sagen. Was meint das? Also es meint eben das mit diesen Teilmengen, was ich beschrieben habe. Wir sind alle kleine Teilmengen und wir können nur den Ort der Macht, die leere Mitte als Gegenpol empfinden. Die Mitte, die leere Mitte ist ja nicht leer, da sitzt ja immer irgendjemand. Und was ich halt eben versuche mit meinem psychoanalytischen Denken noch hinzuzufügen ist, dass der, der da sitzt, das ist auch nur etwas, was unserer Fiktion entspricht. Ob da jetzt Bill Gates sitzt oder Will Smith oder sonst was, das ist unsere Fantasie. Wir bilden uns das nur ein, dass da einer alles kontrolliert und beherrscht, dass Angela Merkel oder Olaf Scholz der Repräsentant ist. Das sind alles nur Illusionen. Die wahre Macht im Staat hat nicht der Staat. Weil der Staat nur ein Konstrukt ist, das niemals objektiv war. Oder um es mit den Worten Jesu Christi auszudrücken, der vor Pontius Pilatus steht und sagt, die Macht, die du hast, großer König, ja, großer Pilatus, die ist dir bloß von Gott gegeben worden. Oh, so this is Jesus Christ, I am really quite surprised you look so small, not a king at all. We all know that you are news, but are you king, king of the Jews? That's what you say. Ne, wenn Gott will, dann kann er dich fallen lassen. Du weißt, du hast gar keine Übersicht. Du verstehst gar nicht, was du tust und wie du zu dem gekommen bist. Deine Macht ist eigentlich keine wirkliche Freiheit, die du da hast. Dieses angebliche, ich bin so frei, ich bin so stark. Das ist ja auch das, was Epictet schon gesagt hat. Epictet, berühmter Philosoph, vorchristlicher Philosoph. Diese Gedanken gab es auch schon vor dem Christentum, das müsste man auch nochmal genau gucken. Der eben sagte, der Kaiser ist die unfreieste Person überhaupt. Denn der Kaiser kann ja nicht hingehen und schwach sein oder so, oder sich irgendwas irgendwie Dummes erlauben. Er muss permanent irgendein Bild abgeben, damit er nicht gelünscht wird von seinen Feinden. Also diese Vorstellung, dass man jemanden beneiden könne, der irgendwie in der Machtposition ist. Der da, dieser arme Tropf ist, der das da alles erfüllen muss. Das ist etwas, von dem man sich wirklich befreien kann. Und dann entsteht auch wieder eine neue Freiheit. Man sieht also, diese ganze vordergründige Diskussion über Freiheit, Fremdheit und so weiter, die kann man wirklich mit dieser Art von Philosophie und mit diesen Methoden ein bisschen öffnen, ja. Ja, Lefort nennt diese verfremdende Veräußerung der Macht, ja. Gemeint ist die abstrakte Macht. Also die Macht zu bestimmen, wie über etwas gesprochen wird. Diese Macht der Nornen, die Macht Whoopi Goldbergs, die darüber entscheidet, wie jetzt mit Will's-Mistum-Verfahren ist. Diese abstrakte Macht. Diese Macht nennt Lefort den virtuellen Ort der Macht. Das ist auch eine interessante. Der konkrete Ort der Macht wäre der König, der auf den Tisch haut und das Urteil spricht. Die virtuelle Macht ist Whoopi Goldberg, die unter dem König steht und die King Richard stürzen kann oder seinen Aufstieg bewirkt. Sie ist die eigentlich mächtige Person. Und deswegen könnte man auch vor diesem Hintergrund der Frage, leben wir in einem Patriarchat, fragen, Moment mal, wer sitzt am Ort der virtuellen Macht? Wer entscheidet darüber, wie der Diskurs geführt wird? Denn das ist die eigentliche Macht. Denn der dumme König, der am Ende nur ein ausführendes Organ ist, der da den Supermann spielt, der spielt das nur nach den Regeln und innerhalb der Strukturen, die die Nornen vorgeben. Der hampelt da mit seinem Zepter rum in der weiten Weise, wie die Nornen die Fäden spinnen. Deswegen gibt es, wenn man so Macht definiert und da den Schwerpunkt legt, was ich nicht unbedingt notwendigerweise tun würde, aber wenn man das täte, müsste man eigentlich sagen, wir leben in einem Patriarchat. Das wäre folgerichtig. Auch ein spannender Gedanke. Jedenfalls, das System Mensch, wenn man den Mensch als System, jetzt nicht als Natursystem, sondern einfach nur ganz neutral als System beschreibt, kann diesen Ort der virtuellen Macht füllen nach Bedarf. Und er bedarf auch selbst immer einer symbolischen Repräsentanz. Wir können nicht hinter die Symbolik zurückgehen. Wir können nur auf dieser Meta-Ebene, auf der ich spreche, versuchen, neu zu konstituieren, was wir mit Symbolik meinen. Also wir können nicht zurück zur Natur. Das führt in schreckliche Atavismen, also in Käfigkämpfe und solcherlei Gräußlichkeiten. Also das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist mehr Sprache, nicht weniger Sprache. Aber die richtige Sprache, nicht leersprechen, analytisches Sprechen. Ja. Und natürlich kann man auch dann fragen, sind Demokratie und Totalitarismus dann gegenüber? Die Demokratie ist ja das, wo die leere Mitte ist und so. Nein, natürlich nicht. Man sieht hier, dass Demokratie und Totalitarismus eigentlich irgendwie auch zusammengehören. Das, was wir angeblich so als das neue Demokratische sehen, dass wir jetzt da irgendwie den großen Volksabstimmung haben und dann wählen wir unseren Herrscher. Der Totalitarismus ist auch insofern ähnlich, weil der totale Herrscher, das ist ja das, was ich sagte, ist ja auch immer nur ein Abbild der Gesellschaft und muss dieser gerecht werden. Also es gibt keinen so großen Unterschied zwischen einem totalitären und einem demokratischen System, wenn man so denkt in dieser Virtualität. Das ist keine echte Dialektik. Natürlich ist das demokratische System unvergleichlich viel besser, aber wir können daraus halt eben auch erkennen, dass wir diese Begriffe nicht so sehr als Gegensatz sehen sollten. Wir brauchen ja auch totalitäre Elemente, so oder so. Wir brauchen Gesetze und so weiter. Nur halt eben, dass der Herrscher halt nicht willkürlich handeln kann, sondern sich einem höheren Gesetz unterwirft und so. Das ist schon nicht so schlecht. Ja, und das, was halt eben den Diskurs bestimmt, im Moment ist das so, weiß ich nicht, bei Fridays for Future zum Beispiel, wir müssen alle vegan sein und Black Lives Matter und so und Diversität und so. Diese ganzen ideologischen Begriffe sind halt eben Begriffe, die die leere Mitte füllen, von wo aus dann virtuelle Macht ausgeübt wird. Und insofern kann man dann halt auch sagen, Fridays for Future, da ist ja virtuelle und konkrete Macht fallen ja zusammen. Das sind ja nur Frauen, die das steuern. Das ist ganz klar eine matriarchatartige Bewegung. Da kann man auch dann wieder fragen, noch eine Stufe tiefer gehen und fragen, naja, haben denn jetzt die Frauen die Macht? Nein, eigentlich geht die Macht von Ideen aus, von abstrakten Paradigmen. Von dem Paradigma zum Beispiel, dass das absolut oberste Ziel, das wir jetzt alle anstreben müssen, diese Klima-Geschichte da ist. Was ich weder gut noch schlecht finde, ich will nur sagen, das ist die Struktur, in der Macht funktioniert. Eigentlich wird Macht ausgeübt von Ideen oder wie der Foucault sagen würde, von Episthemen. Also, Epistheme meint einfach eine Leitidee. Was ist das Wichtigste? Dass wir alle vernünftig sind. Dass wir alle rational handeln. Rationalität. Wir müssen uns alle der Rationalität unterwerfen. Ob die jetzt wirklich so rational sind, ist eine andere Frage. Aber das ist die Epistheme. Das ist der Gedanke. Das ist Paradigma. So würde das der Thomas Kuhn nennen. Und der Paradigmenwechsel funktioniert deswegen nicht, weil die Leute sich daran festklammern. So wie das Bild vom Homo economicus. Der Mensch ist rational und handelt rational. Und man klammert sich daran fest, weil das eigene Theoriegebäude und die eigenen Vorstellungen, die eigene Karriere, alles daran hängt. So wie bei Fridays for Future. Das eigene gute Gewissen, die Moral und so weiter, hängt daran, dass das, was man tut, richtig ist. Und so ein differenzierter Diskurs auf einer Metaebene, wie ich ihn führe, der würde lediglich dazu führen, dass man mich da mit Steinen beschmeißt. Und sagt, du hast es nicht verstanden, du laberst nur rum, jetzt ist die Zeit zu handeln. Ja, stell dir vor, das hat Hitler auch gesagt. Das haben viele Leute gesagt. Du kannst doch Hitler nicht damit vergleichen und so. Ja gut, okay. Es gibt tausende Beispiele. Ich sage das immer wieder. Ich habe immer wieder das deutlich gemacht, diese Paradoxien in diesen ganzen Weltbildern. Und das ist eben der Punkt bei der Ideologie. Die Ideologie verweigert sich, auf diese Sollbruchstellen, auf diese ganzen Probleme zu schauen. Diese Sollbruchstellen, diese Risse in der Ordnung. Das ist das, was Karl Popper ja Falsifikation nennt. Zu sagen, ich will auf diese Risse schauen. Also Falsifikation meint, ich habe einen Satz, einen Aussagesatz, und ich versuche den jetzt zu widerlegen. Das heißt also, der Satz, alle Schwäne sind weiß, ist so lange richtig, bis ich einen schwarzen Schwan finde. Und das Ziel ist es, diesen schwarzen Schwan zu finden. Aber für den Ideologen ist das nicht das Ziel. Für den Ideologen ist es das Ziel, nur weiße Schwäne zu finden. Der will gar nichts von schwarzen Schwänen hören. Und wenn er den schwarzen Schwan irgendwo mal sieht, dann erschießt er ihn und versteckt seine Leiche. Das ist der Ideologe. Das ist der Punkt. Dieser Ideologe will nicht falsifizieren, will nicht nach Fehlern suchen, will sich nicht mit Sollbruchstellen auseinandersetzen. Weil sein ganzes Selbstbild, die leere Mitte, die er selbst ist, dieses Gefühl der Entfremdung, das hängt alles daran, er will sich nicht entfremdet fühlen, er will sich nicht allein fühlen, er will sich nicht verängstigt fühlen, er will nicht in den Zustand der Hysterie und des Fragens, er will den schließen in einer psychotischen Geste, indem er sagt, ich entscheide jetzt, was das Wichtigste ist, und sich einer Idee unterwirft, die dann am Ende Macht über ihn hat. Und er ist dann auch nicht mehr frei. Er ist dann eigentlich ein Sklave der Ideengebäude, dem er sich selbst unterworfen hat. Und so entstehen Paradigmen, mit Thomas Kuhn gesprochen, die so fest sind, dass sie sich nicht mehr ändern. Plötzlich glauben alle an die Rationalität und schlagen sich gegenseitig tot. Oder beschimpfen sich oder sonst was, im Namen der Rationalität. Oder verbieten sich gegenseitig dem Nund, im Namen der Freiheit. Und hier sieht man, dass das, was Christus gesagt hat, am Ende war es. Ein Reich, das mit sich selbst uneins ist, das kann nicht bestehen. Man kann nicht Beelzebub mit dem Beelzebub austreiben. Na? Und ich, mehr und mehr, auch jetzt aus meiner persönlichen Sicht, habe ich das Gefühl, dass das alles, was Jesus gesagt hat, letzten Endes darauf auch rekurriert, weil er hat es eben tatsächlich, wirklich auch in gewisser Weise prophezeit, dass er sagte, wer sich nicht auf mich beruft und sich nicht in meinem Namen verbindet, der trennt und spaltet. Alles wird zugrunde gehen, was sich nicht letzten Endes auf mich bezieht. Nur ich kann der Eckstein sein. Ich bin der Eckstein. Ich bin der Dreh- und Angelpunkt. Ich bin der Punkt, auf den alles zurückkommt. Und deswegen sage ich auch, mein Glaube, ja, ist eine Entscheidung, ist eine erkenntnistheoretische Reise, auf der ich mich befinde. Es ist nicht so, dass ich in der Bibel lese und mich im Dreck wälze und dann irgendwie jammernd da irgendwie zu Jesus bete, sondern es ist eine sehr intellektuelle und sehr langjährige Auseinandersetzung mit diesen Dingen. Es gibt immer wieder Leute, die mir da unterstellen, ach, du machst hier christliche Erkenntnistheorie und du bist ja hier so ein Jesus-Freak. Ich glaube an Jesus, aber das ist ein gewachsener Glaube. Das ist nicht etwas, was irgendwie so vom Himmel fällt, sondern was ich wirklich aus vielen, vielen Auseinandersetzungen über die Jahre hinweg entwickelt hat. So eine Art von Glaube ist das, den ich hier stark mache. Und tatsächlich, mein Glaube wird in diesem Sinne dann auch stärker, weil ich einfach sehe, dass alle diese Dinge zusammengehören und zusammengezeichnet werden müssen. Und dass es auch nicht anders zu denken ist. Aber ja, das Video, hier fast 40 Minuten, ist schon wieder sehr lang. Und das ist der Tagessol, den ich jetzt so für heute vorgesehen habe. Und ja, ich denke, ich kann es dabei belassen. Wollte deshalb auch nochmal betonen, dass das hier, wie gesagt, christliche Erkenntnistheorie ist. Das sind alles atheistische Autoren und so weiter, die ich hier, oder unklar, ob sie jetzt, wie sie sich zum Thema Glaube positionieren, oder wenigstens agnostische. Aber ich ziehe die alle zusammen und verbinde sie alle, wie gesagt, mit Blickrichtung auf das Christentum, auf Christus. In vollem Glauben an diesen. Und ich werde das auch nicht leugnen. Und will es nochmal betonen, von wo ich komme und auf wessen Seite ich stehe und worauf ich mich berufe. Vielen Dank. Vielen Dank.